damit hallo und herzlich willkommen zur 13 folge des 2 remastered let's place wo wir ja in dieser schönen mission sind wo wir die trümmer zerstören sollen aber dort ein strahlung ist und wir uns deswegen dort nicht hingetrauen und letzte folge hier ja oder vorletzte die letzte folge hier alle schiffe verloren haben und wir uns jetzt wieder neu aufgebaut haben und dieses mal nicht in die offensive gehen sondern uns nur verteidigen und sind dabei unsere flotte aufzubauen beziehungsweise haben unsere flotte so gut wie fertig ziemlich genau jetzt zum bauern jetzt die zerstörer mit denen wir auf range versuchen wollen die trümmer zu zerstören ich aber erst mal noch schauen muss ob das überhaupt sinn macht versuche die erst mal zu positionieren liegen jetzt momentan etwas die falsche richtung ich will die gleich andersrum hinstellen ich weiß am letzten mal dass von hier vorne richtig 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 viel gekommen war noch das will ich dieses mal verhindern dass das was da von vorne kommt mich komplett zerwichst noch ist er nicht auf dem weg zu mir ich weiß nicht ob die vorher abdrehen wir warten auf jeden fall noch weil wie gesagt der nebel ist gefährlich wenn die meine dinge zu hinten angreifen dann muss ich mich gleich halt einmal kurz zurückziehen wenn es nicht mehr schlimm wäre bei noch 2000 übrig gebliebenen ressourcen ne die kommen im letzten mal haben die vorher abgedreht aber ich weiß nicht ob die gerade nach mir suchen ich weiß ich könnte versuchen wieder zu kriegen dass sie wenigstens rankommen gucken ob das klappt und wir brechen ab hier kommt rück dann dieses teil ja das macht auf jeden Fall Sinn da hin da hin es ist das passiert was ich mir dachte ok du fängst an das dazu zu stören du bekommst Gruppe 2 so einmal das zerstören ja perfekt so auf geht es da hin dann könnt ihr wenn ihr wollt wieder abernten gehen roger roger ich meine die wissen so oder so jetzt schon dass wir da sind und daher ist es jetzt relativ wumpe und das ist die nächste große Angriffswelle die kommt ja los ich sehe hier schon wieder richtig viel was hier abgeht an Party bis hinten muss ich dringendst abfangen bis hinten muss ich dringendst abfangen bis hinten muss ich dringendst abfangen weil ich nicht weiß ob die mich anstrengt so und die kommt wir machen erstmal das hier fertig ich weiß ich weiß der Zerstörer ist auf dem Weg das passt hier kommt der nächste raus so komm macht hier mal fix fertig das passt und jetzt bitte noch den da fix so so und jetzt geht es hier los das alles ja so perfekt und jetzt kann ich nur hoffen dass das was wird du fliegst mal hier den entgegen ihr fliegt auch da das passt das passt das passt das passt so das hat ja mal einigermaßen geklappt ähm wir müssten einmal ein paar Bomber bauen wir könnten das da angreifen wo aus dem Nebel raus das geht klar wir haben bis jetzt nur einen Zerstörer zwei Zerstörer einer ist jetzt wie gesagt mit der Aufgabe vertraut der wird dafür auch eine ganze Zeit lang brauchen das weiß ich weil es nur einer ist aber es muss erstmal einer reichen wir können wir könnten jetzt hier die hier bauen und dann klappt das das kann ich nicht versprechen wir wir gehen mal nicht so weit die offensiv okay wir gehen so weit oder ich bin mir nicht sicher das muss ja hier kommt bis zu eins mal gucken ob das klappt ist halt doch ordentlich Party was hier abgeht also lange wie der Zerstörer da hinten in Ruhe ballern kann würde ich den hier auch mal weiter würde ich die auch hier weiter in Ruhe machen lassen ähm wir bräuchten weitere Bomber und Jäger drei Bomber drei Bomber okay die Zwischensequenz kenne ich jetzt nicht alert we are detecting dangerous levels of radiation achso these hulks appear to be the source yep yep use movers to destroy the debris ja ja soweit alles klar group one copies group one has defeated the enemy strike group prepare for assault da hinten könnte ich theoretisch auch zerstören ähm ich würde aber ich würde aber die beiden Zerstörer abziehen auf unserer way den aber auch mit da drauf ballern lassen ach du scheiß der Zerstörer fliht da rein raus mit dir raus Junge, Junge, Junge. Jetzt noch Schaden? Ne, jetzt. So. So, kannst du da noch Schaden machen? Ja, so richtig nicht. Doch, er macht Schaden. Das Wichtigste wäre, dass er da nicht reinfliegt. Das Wichtigste wäre, ist... Ja, der Satz passt schon. So, ihr kommt mit zur Gruppe 1. Ihr seid jetzt nur noch Gruppe 1. Ihr werdet jetzt... Kommt mit zur Gruppe 2. Gruppe 2, Reinforced. Und bei der... Da drauf. Bitte nicht in den Nebel fliegen. So, ihr seid die reine DEF-Gruppe. Ähm... Hier habe ich vergessen, bis jetzt zu bauen. Was wollte ich bauen? Einmal Jäger. 25, 30, 35, drei Bomber. Und da oben geht es ja schon wieder weiter. Also, go go. Ich würde echt sagen, der Schaden... Auf den Dingern hält sich halt echt die Grenzen. Ich würde nicht in den Nebel rein. Deswegen müssen die mal ganz kurz zurück. Die drei können schon mal weg. Die hier hinten noch nicht. Ähm... Hier hinten muss ich wie gesagt Aufmerksamkeit drauf walten, dass die nicht außersehen in den Nebel reinfliegen. Sind wir ein bisschen zu nah am Nebel, aber ich werde nicht drum rumkommen, das wegzuballern. Wir haben dort auch einen Zerstörer, der da weg muss. Die werden... Gut reindrücken. So. Das passt. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Die beiden Zerstörer, wenn die hochgehen, explodieren die. Da kriege ich ein bisschen Schaden rein. Brigatten verlieren wir gerade auch. Könnt ihr euch fokussieren? Auf eine von beiden. Danke. Ach komm, das passt eigentlich vom Schaden her. So, auf das wechseln. Weil der Zerstörer weg ist, wechseln wir auf das da oben. Oh, die wechseln jetzt schon die ersten, das passt. So. Jetzt könnten... die hier, wenn sie wollen, das abholen. Euch geht's noch gut. Fliegt auch noch nicht rein. Okay. Ähm... Wir haben Fregatten verloren. Wie viele und welche? Wir brauchen von jeder fünf. eine Kaper-Fregatte. Ähm... Da. Und bei den restlichen, wie gesagt, von jeder fünf. Davon haben wir genug Ionengeschütz. Davon haben wir genug... Was fehlt uns denn? Die Flak-Fregatten fehlen uns, ne? Perpeto? Marine? Heli? Ionengeschütz? Bomber? Heli? Ja, die Flak-Fregatten fehlen uns. Gut. Äh... 1, 2, 3. Ihr... Ihr gehen nur. Group 1. Acknowledged. Group 1 standing by. Und go. Wie sieht's nicht hinten aus? Schafft ihr das irgendwann? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich mein, die machen gut Schaden, aber... Die Trümmer halten halt... Damage aus, dass dir die Fresse einschläft. Die Sammeln gerade... Ach du Scheiße, was macht ihr denn hier? Ja, sterben. Was hat sich erledigt? Die habe ich nicht rechtzeitig in die 1 zugewiesen. Sonst wäre das nicht passiert. Egal. Eieiei. Ähm... Die 0 kann auch gerne mal aufhören, weiter abzuwählen. Was? Wie? Warum? Ähm... Ah, wir haben das Zerstörerlimit erreicht. Ihr seht es. Maximal 6 Zerstörer. Ähm... Da drauf. Ähm... Dann können wir hier aufhören zu bauen. Und könnten anfangen hier die... Sieben Jäger... umbauen und hier die... 5 Bomber dann danach. So. Und dann ziehen wir den hier mal ab. Er macht da noch weiter. Er kriegt mal... hier eine Ruheposition. Hier kannst du dich mal zurückziehen. Danke. Zwei. Äh, dahin. Absache, der Zerstörer flatscht nicht. Sie müssen auch immer in den Nebel reinfliegen wollen. Du darfst gerne mal mit zu eins. Ich meine, der repariert sich über die Zeit alleine, ne? Ja, da brauche ich nicht nachhelfen. So, wir haben auf jeden Fall Primärziel Nummer 1 erhalten können. Und das war erstmal uns nur zu verteidigen. Das hätten wir geschafft. Bei den Rest, muss ich sagen, bin ja nicht so optimistisch. So, ich warte kurz, bis der hier selbstständig das alles Wichtigste gebaut hat. Ähm. Und danach gucke ich, was fehlt. Das hat nur ein Trümmerteil, ne? Und eigentlich müsste ich was genau bauen? Eine Abschirmfregatte, glaube ich, ne? Nicht näher bezeichnet, aber Bombe. Anlagefregatten verbessert die Forschung der Abwehr. Ja. Hier kann ich nichts weiter forschen. Ja. Interessant wäre noch die Frage. Wir haben hier doch Torpedofregatten. Wir schnappen uns mal zwei. Was machen wir? Ziehen die ab auf die Zweiergruppe mit. Und gucken, wie viel Schaden so eine Torpedofregatte macht. Es fehlen jetzt nach Adam Riese bei Bombergruppen. Ihr mit zur Eins. Ihr mit zur Eins. Ihr werdet in Zwei. Das hat so nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ihr seid Gruppe Zwei. Da. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Wir werden schon wieder angegriffen. Wir schauen, dass wir das nächste Folge alles hinkriegen. Eieieieiei. Und dass wir hier irgendwie mal O-Bahn in dieser Mission gewinnen. So richtig ist das nicht ganz meine Mission. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich muss irgendwie diese Abschirmfregatte bauen, damit ich in den Nebel fliegen kann. Meine aktuelle Methode funktioniert so nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich eine Fregatte zerstöre oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Aber das probieren wir als nächste Folge weiter aus. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal so weit fürs Zuschauen. Lass noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß. Und dann kommen wir zum Schluss. Tschüss. Tschüss.